Wir sind jetzt gerade mit dem IONIQ 5 unterwegs und schauen uns jetzt an wie das mit dem tanken funktioniert. Roland, wie mache ich das am besten? Wir fahren jetzt einfach zum IONITY Schnelllader und da zeige ich dir, wie man das Auto auftanken kann. Schnelllader heißt, wie schnell geht das dann? Das geht wirklich ganz schnell. Bei diesen Schnellladestationen können wir unser Auto in 5 Minuten für 100 Kilometer Reichweite betanken. 5 Minuten? Wow, das ist tatsächlich schnell. Das stimmt, ja. Was brauche ich dafür? Brauche ich was spezielles? Kann ich da einfach hinfahren und los tanken? Nein, gar nicht. Das funktioniert ganz einfach. Mit Charge my Hyundai hast du eine App am Handy und gehst mit deinem Handy zu der Ladestation, scannst den QR-Code und kannst sofort den Ladevorgang starten. Okay, das heißt Bargeld brauche ich dann keines, richtig? Brauchen wir kein Bargeld, nein. Sehr gut. Ja, das klingt super. Wenn ich jetzt aber mal unterwegs bin oder bei Freunden oder vielleicht irgendwo am Land, wo es noch nicht so viele E-Ladestationen gibt, was mache ich dann? Okay, also optimalerweise hat man zu Hause eine Wallbox, damit man das Fahrzeug zu Hause laden kann. Moment, Wallbox, was ist das? Ja, eine Wallbox ist ein kleines Gerät, das hängt an der Wand, das hängt am Kraftstrom und da wird das Auto zu Hause auch optimal geladen. Es reicht aber auch eine normale Steckdose. Das heißt, wenn ich keinen Kraftstrom habe, habe ich das richtig verstanden, kann ich jede x-beliebige Steckdose verwenden? Jede x-beliebige Steckdose, wo du auch einen Staubsauger anstecken kannst, kannst du auch den IONIQ 5 aufladen. Es dauert halt ein bisschen länger. Okay, das heißt, das kann mir quasi nicht passieren, dass ich irgendwo am Weg plötzlich stehen bleibe und keine Energie mehr kriege, weil es gibt. Mittlerweile ist E-Mobilität wirklich so einfach geworden, dass man keine Angst haben muss, irgendwo ohne Strom stehen zu bleiben. Meine Lieben, also ich bin schon mal schwer begeistert, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt und den IONIQ 5 erleben wollt. Das geht ganz einfach. Schaut einfach auf Hyundai.at und macht euch eine gratis unverbindliche Probefahrt aus. Ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Like und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, abonniert den Kanal.